Also, Reality-Check der Kater Nummer 12, Nukiuchi, ein Gegner, sie greift mich an, ich führe die Kater vor, wie sie gemeint ist. Du leid sie und seid nichts. Also, Kater funktioniert, wunderbar, alles bestens. Nochmal das Ganze, jetzt schneidet sie so, wie sie im Zelt ja nur schneiden muss. Leute, das funktioniert nicht. Sorry. Also, auch hier Reality-Check nicht bestanden, außer sie schneidet bis zum Boden durch. Was noch eine Möglichkeit wäre, die aber verboten ist bei Nukiuchi, weil der Name gibt das nicht her. Ja? Ich mache Ikinagashi, das ist aber in dieser Kater nicht gemeint. Dann würde es funktionieren. Bei Nukiuchi ist es so, ich weise nur aus und konnte das. Und laufe dann direkt in ihr Schwert rein, wenn sie es entsprechend sinnvoll benutzt. Dankeschön. Oke.